Hey, Chris, wir müssen los, demonstrieren gegen Neckar Westheim, wir müssen vom Netz. Ne, müssen wir nicht, Silke. Wir wollen, dass Neckar Westheim vom Netz geht, wir müssen los. Ja, aber wir müssen nicht heute los. Wieso müssen wir nicht heute los? Das Ding ist abgelaufen. Wir müssen jetzt demonstrieren, wenn Neckar Westheim vom Netz geht, wir wollen ja nach oben ausstehen. Silke, wir haben aber auch noch 10 Tage Zeit, denn erst am 21.03. müssen wir in Neckar Westheim sein. Am 21.03.12.30 Uhr am Bahnhof, ganz pünktlich. Also nochmal, 21.03.12.30 Uhr am Bahnhof, ganz pünktlich, damit Neckar Westheim vom Netz geht. Genau, wir freuen uns auf euch.